Musik Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir wieder über die Portrait-Fotografie am Fenster. Heute werden wir wieder das Fensterlicht zusammen mit Blitz- und LED-Licht kombinieren. Und letztes Mal habe ich euch das live im Video gezeigt. Und heute möchte ich euch anhand von Einstellungen in der Kamera zeigen, wie denn auch die Fotos damit aussehen. Ich hoffe, das wird ganz interessant für euch und wünsche euch schon mal dabei viel Spaß. Los geht's. Ihr seht, mein Rollo ist dieses Mal nach oben gelassen. Es ist nicht unten. Das hat zwei Gründe. Zum einen wollte ich diesen Streifen-Look im Bild nicht haben. Und zum anderen ist es schon relativ spät. Das heißt, wir müssen mit dem Restlicht arbeiten, was wir haben. Aber der Look ist ganz cool jetzt. Wir haben so eine Mischung aus weißem Restlicht und so ein bisschen bläulicher Färbung schon im Himmel zur angehenden blauen Stunde. Das kann ganz geil kommen. Also würde ich sagen, wir fangen sofort an mit dem Blitz. Mitgebracht habe ich für die Blitz-Fotografie einen Jungen Nuo 560 3. Der liegt um die 60 Euro, wenn ihr ihn kauft. Das heißt, er ist relativ günstig. Der Blitz ist natürlich etwas anderes als die LED-Leuchten. Das heißt, dieser Blitz, der brennt nur ganz kurz ab. Du kannst nicht im Video oder im Live sozusagen einstellen, wie das Bild aussehen sollte. Du musst dich da auf die Einstellungen verlassen. Die Werte für die Einstellungen für das Bild mit dem Blitz sind 160. in der Verschlusszeit. Blende 4 und ISO 360 bei meiner Canon mit dem 35mm Objektiv. Und ganz wichtig, ich drehe mich mit dem Gesicht zum Fenster. Denn sonst haben wir hier eine relativ dunkle Seite. Und das hier ist ja komplett dunkel. Und hier an der Seite haben wir dann wieder eine zu helle Seite von dem Blitz. Das heißt, ich drehe mich bewusst mit meinem Gesicht, sozusagen mit dem linken Auge und mit meiner Nase zum Fenster, damit das Fensterlicht mich sozusagen auch wunderbar bestrahlen kann. Und von der Seite gibt es dann so ein leichtes Streiflicht mit dem Blitz. Wir probieren das gleich mal aus. Was dir sofort auffällt, ist natürlich, dass der Hintergrund sehr hell ist, wo die weiße Tapete ist. Und das hat den einfachen Hintergrund, dass der Blitz dort auch mit drauf fällt. Der Blitz ist nackt ohne Softbox von mir hier ausgelöst worden. Das heißt, er kann sich relativ gut im Raum auch ausbreiten. Und überall an der Decke, an der Wand, am Fußboden reflektieren. Das macht das Ganze schwierig, aber ich möchte euch nicht überfordern und gleich mit Softboxen arbeiten, sondern gleich mal zeigen, wie das Ganze nackt, nur Blitz only sozusagen funktioniert. Der Blitz steht jetzt auch ein ganzes Stück weit weg. Denn der Blitz ist auf 128. eingestellt. Das ist die kleinste Stufe. Der Blitz steht ungefähr 2 Meter von mir weg. Und das hat den einfachen Grund, dass er so viel Power noch hat bei der kleinsten Einstellung, dass ich dann, wenn er zu nah wäre, sozusagen immer noch zu wenig Licht vom Fenster reinbekommen würde und die Gesichtshälfte hier viel zu hell wäre. Wir bauen gleich mal um und zeigen dir, wie das Ganze mit LED-Licht aussieht. Und das Tolle ist, beim LED-Licht, du kannst das Ganze hier wunderbar einstellen. Das heißt, von ganz krass hell zu ziemlich dunkel. Das geht mit dem Blitz nicht. Das kann ich nur bedingt einstellen. Und das ist schon mal deutlich dunkler als die kleinste Stufe beim Blitz. Und ich finde, das macht das Ganze noch einfacher. Und der Vorteil an der Sache ist natürlich auch, dass der LED-Strahler noch mal deutlich günstiger ist als der Blitz. Und du natürlich auch keinen Sender dafür brauchst, für die Kamera. Das LED-Licht ist jetzt angebracht und ist eingeschaltet. Und ich habe das Ganze auf die kleinste Stufe runter geregelt. Also dunkler geht das Ganze nicht. Und das steht ungefähr so einen Meter von mir weg. Also deutlich dichter als der Blitz vorhin. Ich würde sagen, wir probieren das gleich mal aus. Ich mache jetzt gleich ein Foto. Und zwar schaue ich wieder hier raus zum Restlicht, was der Himmel noch hergibt. Wir machen ein Foto. Achtung. Genau. Und vielleicht noch eins. Und was dir sofort auffällt, ist der andere Look. Also ich finde, das sieht deutlich anders aus als beim Blitz vorhin. Zum einen ist das Ganze etwas gerichteter. Das heißt, der Hintergrund ist nicht so krass hell und weiß wie vorhin. Und zum anderen ist es ein bisschen ein anderer Look, was die Wärme der Farben angeht. Das heißt, das Ganze ist hier etwas gelblicher, etwas wärmer angelegt. Das könnte ich jetzt aber fein justieren, indem ich zum Beispiel ein Farb-Gel hinunter vorlege. Da könnte ich das Ganze noch kühler regeln. Oder ich kann das Ganze wärmer regeln. Ich könnte das Ganze auch über den Weißabgleich einstellen in der Kamera. Alles zusammen bringt natürlich dann den Look, den ich möchte. Oder ich komme sehr weit weg davon. Da musst du gegensteuern. Die Einstellungen für dieses Bild waren Blende 1.8, ISO 4000 und eine Verschlusszeit von einem 80. Das sind also deutlich andere Werte als vorhin mit dem Blitz. Das hat aber den Hintergrund, dass dieses LED-Licht natürlich viel schwächer und dunkler eingestellt ist als der Blitz vorhin. Ich hoffe, du konntest bei diesem Video einiges mitnehmen. Und ich hoffe, du hast ein paar Sachen gelernt, hast vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen. Wenn ja, schreib mir sie gerne in dieses Video drunter. Wenn du noch Fragen hast oder einfach Anregungen und ein paar Sachen, die du ergänzen möchtest. Alle Produkte, die ich verwendet habe in diesem Video, habe ich hier drunter verlinkt in den Shownotes. Da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere für euch. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe das Ganze per Funk hier betrieben. Das heißt, ich habe auf der anderen Kamera... Was du denkst, bei Google sagt dazu folgendes. Alles okay.